ja hi zusammen und herzlich willkommen zum nächsten video heute gibt es für euch die wiking cracker von fire event eine neuheit 2023 22 produziert natürlich in f1 und so sehen die dinge aus kleine quasi crackling stifte und wir sind auf jeden fall sehr gespannt und ich wünsche euch natürlich viel spaß mit dem video so jetzt kommen die wiking cracker f1 von fire event auch eine neuheit ich nehme zwei um marcel zünden so wiking cracker von fire event f1 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 Das war's. Richtig gut, fand ich jetzt. Also waren schon laut. Toll.